Hallo und willkommen zurück zu Yoshi's Story. Beim letzten Mal haben wir ja leider einen gewaltigen Fail hingelegt und mussten nochmal von vorne anfangen. Und ja, wie es aussieht werden wir uns wohl nochmal durch die ganzen Welten hier arbeiten müssen. Ich hoffe mal, dass wir uns ein bisschen besser anstellen und nicht so oft sterben. Weil ihr wisst ja, jedes Mal, wenn wir sterben, verlieren wir einen Yoshi und mit jedem verlorenen Yoshi sieht es schlechter für uns aus mit dem Weiterkommen. Ich würde mal sagen, für Lava nehmen wir doch mal unseren roten Yoshi. Knochendrache. Er ist extrem gefährlich und sehr brutal. Die Stampfattacke mag er überhaupt nicht. Wie mehr Melonen hier kriegen, desto mehr Punkte kriegen wir auch am Ende. Dementsprechend sollten wir auch ein bisschen darauf achten, dass wir möglichst viele Melonen immer kriegen. Ich muss jetzt natürlich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Und genau für den war der Tipp. Okay, hier ist weiter nichts. Hier wird es ja schon reichen, wenn wir über einmal einen Durchgang komplett hinkriegen. Okay, da geht es nicht runter. Okay, das war wohl alles. Da bin ich gerade ein bisschen hängen geblieben. Da war noch gerade so ein, ja, Schmetterling oder was auch da war. So immer es ist, es gibt Leben. Oh, da oben ist was. Oh, da oben ist was. Da wollen wir hin. Ach, der schminkt überhaupt nicht manchmal. So, da hat sich das doch gelohnt. Da war wieder eine Melone. Dann hätte es sein können, dass wir da noch irgendwie einen kleinen Bonus kriegen oder so. Das hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt. Da kam nicht nochmal eine Melone geflogen. Ihr fragt euch garantiert, warum ich zurückrenne. Ich möchte nach Möglichkeit nochmal alle Eier aufladen, weil wir jetzt gerade ziemlich viele verschossen haben. Je mehr Melonen, desto besser für uns. Meine Melone. Eine Unverwundbarkeit ohne Gegner, die natürlich sehr sinnig war. Oh, da waren wir so schnell durch, dass wir irgendwas übersehen haben. Geht das nicht so aus. Okay. Da haben wir auch schon den nächsten Checkpoint. Ach, das war fies. Das war richtig fies. Wir wurden von den Treffern so weit zurückgeworfen, dass wir unten runtergelandet sind. Leider einen Yoshi verloren haben dadurch. Und das in der zweiten Welt schon. Sehr ärgerlich ist. Blöd ist natürlich auch, wir haben kein Leben. Also rein theoretisch haben wir jetzt gerade sehr, sehr schlechte Charaktionen daran vorbeizukommen. Ich will mir nochmal neue Munition holen. Ich möchte nämlich wenig Risiken eingehen, jetzt wo wir schon Yoshi verloren haben, durch den ewigen Treffer, den ich da abgekommen hab. Ah, die Vasus, die ist nicht fern und doch nicht da, finden Sie sie und schlüpfe ihn ein. Okay, wir haben hier wieder neue Eier. Also, wir haben hier noch keine Leid. Oh. Ich habe ein Bonos. Üblicherweise mit vollem Leben. Mehr Munition. Ja, vielleicht dürfen wir noch mal rein. Blöd, dass die Eier gerade, äh, untergefallen sind. Okay, wir dürfen noch mal rein. Ich weiß nicht, ob wir die alle wieder killen müssen. Okay, die Hydra ist erledigt. Wir dürfen sogar tatsächlich noch mal ran. Hm? 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 Oh, noch fünf Früchte. Oh, noch fünf Früchte. Hm? 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 Okay, da geht es nicht weiter. peekологisch? wir schafft und dieses mal sehr viele melonen leider haben wir einen joshi verloren bei der aktion kapitel 1 haben wir tatsächlich sogar mehr melonen den text kennen wir ja schon das bedeutet gefressen zu werden im fall eines knochendrachens ist das mit dem gefressen wert an sich gar nicht so schlimm man fällt ja einfach durch die himmelstour wir haben welt 1 beim letzten mal gemacht und dementsprechend werden wir uns jetzt auch mal um die zweite welt kümmern ich bin mal gespannt wie wir da zu euch kommen weil die kennen wir auch noch nicht hoffen wir mal dass wir nicht so viele joshis einbüßen ok sehr gut na gut hier hätten wir uns noch aufladen können und nein die peperoni werden wir nicht futtern ich glaube tatsächlich ne hier kommen wir sonst noch hin doch das hat man gehört hat sich der gute joshi ein bisschen den schädel angedürzt und 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 Hier ist noch ein bisschen riskant, weil man nicht vorab sieht, oder wo man hin kann. Ich dachte eigentlich, dass wir da hinten rüber können. Man muss sich natürlich auch ein bisschen orientieren in einer Welt, die man noch nicht kennt. Die Herzen haben wir ja auch schon gelernt. Die werden auch für mehr gebraucht, um weitere Welten freizuschalten. Jeder Welt sollte es drei Stück davon geben. Unser Puppel mit dem Warp wäre auch schon mal gefunden. Und dann haben wir vieles an Früchte, aber leider sehr, sehr, sehr wenig an Melonas. Nichts. Oops. Okay, also die Fressen kriegen wir kein Leben dazu. Ich hoffe, dass wir auch einen anderen einen Barsch-Bus. Nö, ich bin ein Barsch-Bus. Auch wenn es ein Barsch-Bus ist, kann ich mir auch schon mal aussehen. Ich kann zwei Barsch-Bus. Ich kann zwei Barsch-Bus. die Szenen auch allgemein gar nicht so richtig, weil wir, so wie ich sehe, kriegen wir dafür auch gar keine richtigen Punkte. Ich komme nicht dazu, hier hochzuspringen die ganze Zeit. Das sind viel zu viele von den kleinen Schirpern hier. Viel zu viele von denen. Ich bin da unbeschadet durchgekoppelt. Hat mich auch gewundert, wollte ich gerade sagen. Und schon kriege ich natürlich einen Schaden ab. Ich bin da unbeschadet durchgekoppelt. Okay, ich sehe schon, da sind hier eine Menge Melonas und alles. Ja. Nein! Und teilweise ist die Steuerung echt äußerst hakelig. Oh, Mann! Oh, Mann! Ich hoffe gerade, dass ich mal auf die Stelle noch irgendeine Frucht finde. Egal welche. Nein, das war die falsche! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Große Probleme ist aber auch, dass die Steuerung nicht ein bisschen hakelt bei dem Spiel. Hm? Egal, wir gehen lieber in die nächste Welt, beziehungsweise in den nächsten Abschnitt und gucken mal da weiter. Gut, es könnte auch sein, dass da jetzt noch ein weiteres Herz gewesen wäre, das wäre natürlich dann dumm, aber, äh. Wie gesagt, wir werden den Rest sowieso im Abenteuer-Modus spielen. Bis dann einmal durchgespielt ist. Wird das so, reite auf dem Blatt durch die Lüfte, achte auf die Balance, um das Blatt im Gleichgewicht zu halten. Oh. Na, da ist wieder so ein Bonus. Melonen und Meilen, ja, ramme den, äh, Fragzeichen, berühre die Startfahne. Das Rennen beginnt bald, ich gewinne viele Melonen. Gut, ja, sehr, sehr, sehrific! Das war knapp. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der automatisch abspringt. Das war fies. Also normalerweise muss man selber den Schwungknopf drücken, damit der Abschwung diesmal ist er automatisch abgesprungen. Ich wollte nämlich eigentlich mit dem Ding da durchfliegen und das hat nämlich irgendwie nicht so ganz geklappt. Eine Mütze können wir noch holen. Man muss den aber lassen, der Ideenreichtum in diesen Welten ist jedenfalls sehr sehr groß. Wir haben tatsächlich sogar einen übersehen. Ein bisschen ungen. Mit der Höhepern ist heute eine Rande zu geben. Ich muss jetzt einmal sagen wollen, ob es wirklich ein Leibchen ist. Dann gucken wir es. Dann weiß ich, was ich hin. Wenn ich in der Höhepern bin, dann geht es in der Höhepern. Ich muss hier sein. Das ist, was ich immer mehr so? Was ist es? Ich muss das nicht umsetzen. Aaaaah Mist Wir haben die nächste Melode Ein Boss Im Visio, mal bin ich da, mal dort und schwupps wieder fort Ja Ja Okay, man muss so ein bisschen obachten, wie sich der Hintergrund verändert Ja Hm Hm Ja 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 Das lief doch gar nicht mal so schlecht Eine recht knifflige Welt, muss ich sagen Aber interessant gestaltet auch Die Ideen haben mir auch sehr gefallen, muss ich sagen Auf jeden Fall haben wir eine Menge Punkte gemacht Auf ihrer Suche nach dem Glück erreichten Yoshis einen Turm, der steile Aufstieg war sehr anstrengend, am Ende wartete Visio Ein Böser Geist Ein Böser Geist Am Horizont sahen die Yoshis eine Festung Okay, jetzt haben wir doch mal ein anderer Text Die Yoshis wurden immer glücklicher Ja Was sagen denn unsere Aufnahmezeiten Das kam mir alles schon ziemlich lange vor Ja War auch Dann machen wir das nächste Mal hier bei den Toten weiter Danke fürs Reinschauen Bis dann Bis dann Bis dann